So, was geht Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play Dead Islands 2. Ich hab mich auf dieses Spiel gefreut. Wir werden das Ganze mit einem Kollegen durchspielen. Das aber erst sobald wir die Koop-Funktion freigestellt haben. Bis dahin spielen wir das alleine durch ganz normal und ich würde sagen wir starten direkt das Spiel. Okay, showtime. Fire department, out of the way! Fire in the waves, hiding in the open We run from the cold, most broken dreams In the rain's a poor's, eh, jefe? Climbing up the walls, high enough to hear their call We're in the rain's a poor's, eh, jefe? Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. Mike! The city's fucked. I'm not staying behind you. The walls are down, they're getting through. Hey! You choose to stay alive. Wait for takeoff! Go! There better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Wants to be in my house with Jackie. This'll do. Oh, my God. You're Emma John, right? And Robert Steele. Can I get a selfie? This is everyone happy. Call to lose. We have, we have a second picture. Okay. She always likes surprises. Welchen Charakter, welchen Charakter hast du genommen nicht, dass wir irgendwie das Problem haben? Ich weiß gar nicht. Super. Ich glaube, die Typen, aber nicht den Schwarzen. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hast du schwarze Tattoos? Weiß ich gar nicht. Wen hast du? Ich suche jetzt aus, äh, dieser, wie heißt das, dieser Hippie oder so was in der Art? Hm. Ich glaube, keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mehr. Oder hier gibt's noch einen Ryan. Ich glaub, das war der zweite männliche Charakter. Eher nach links oder nach, achso, eher nach links oder nach rechts? Nach rechts rum. Okay. Ist doch egal. Ja, stimmt auch. Es gibt nur drei männliche. Ist doch egal. Ja, stimmt auch. Es gibt nur drei männliche. Ich glaube, ich nehme dich. Ich glaube, wir können doch schon eine Multiplayer spielen. Was? Ich glaube, wir können doch schon eine Multiplayer spielen. Ne, hier steht, sobald die Hauptquests die Kavallerie rufen beginnt. Alter, meine Mausempfindlichkeit ist ein bisschen zu schnell. Und jetzt hier werde ich bzw. schutz. Ja, das wäre schön, schon. Schönen. Ihr seid ja, also schon. Ja, natürlich. Was war das? Oh, was Dude, was gesternest du? Was geht's? You okay? We'll see him next. Get it together, Amy. And the other one. Oh, crap. Gotta find a weapon to smash this cargo crate. This could be useful. I don't know where it goes. Ah lol. Was ein Scheiß. I didn't survive the plane crash to get killed now. I find it funny to talk to you. I find it funny to talk to you about yourself. I don't know what to talk to you about. Huh? Okay. It's a big deal. We're still waiting. Stop firing those bloody flags. What? Stop firing those flags. Oh, we got them. What was that? There's something in the plane. Stay back. I'm human. Anyone injured? Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. Amy. This is fucking tremendous. Emma darling, I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is all his fault. I mean, this is all his fault, this selfish wanker. Would you stop standing there and find me some fucking shoes? Oh, hey. You know how you got all like blood coming out of your ears? What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. Well. I mean, what are we going to do? Start warming up. People, this is Emma Jaunt. Cool. Of course you know what a huge star she is. Romero, winner no less. We need to get her home to safety. Something there? Careful. Come on, Ames. Oh, hi. My... ...my... ...wife. Oh, crap. She's alive. I feel a pulse. Get this off me! Wanna stop just standing around? Michael, help. Come on, boys. Let's see those muscles. Ready, lift! It's too heavy. I think they're getting closer. We need to go. Whoa, whoa, time out. I'm not leaving. I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Are you for real? Okay, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Good luck. I hope you get eaten. I'll call the army. Send help. Go. Hey! Are you Emma Trond? Okay. Looks like I'm up. I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not leaving. Oh, that's a lot of backup. Oh, hey! They're just leaving me alone. I got wounded here! Hm. das ist das ist Ah, shit. More coming. They just keep coming. Gotta do something, Ames. I can burn him if I knock that tire down. What a mess. Holy shit. Yeah. You're all fucking with the wrong girl. Okay. Check out the others. Son. Can't lie. We are in a tough spot here. Hey. Oh, God. How the fuck did this happen? It's not meant to be like this. Hey. Yeah. We're not beat yet? Here. Now? Can you hear me? I got some water. Sure. You need to stay hydrated. How do you do this? Come here! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich muss eine Hilfe bekommen. 66 Alpine Drive. 66 Alpine Drive. Mich wundert es, dass das Spiel in Deutschland legal ist. Hm. Warum? Weil es so brutal ist. Eigentlich direkt auf dem Index und runter aus Deutschland. Oder weg. Das musst du mal mit einer Index spielen. Nicht diese Index. Du musst das mal mit einer Index spielen. Ja das stimmt aber. Gibt es das für die Index? Ja das stimmt. Ja das stimmt. Ja das stimmt. Ja das stimmt. Belair. Ja das stimmt. 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 Warte. Ja. Ja das stimmt. Ja das stimmt. Ja das stimmt. Ich weiß nicht wie man die Waffe auswählt. Ja. Ich weiß nicht. Ja das stimmt. Und wie heil ich mich nochmal? Wie heil ich mich nochmal? Ist doch logisch, Hafer heilt Nicht so logisch, wie man denkt Nicht? Nein Ja 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 Oh my god So much blood Now I am Anyone alive? I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down So crafting the land Can we just call a timeout? Keycard Hast du auch diese Deluxe Edition? Ja, oder? Hast du auch diese Deluxe Edition? Mhm Ich kann mich schon handeln Okay. Ich denke, die Schäuern könnte sich wiederholen werden. Oh, mein Kopf. Was ich auch geil finde, Alter. Immer chillen 50 Leute in einem Haus. Aber du allein musst gegen die ganzen Zombies kämpfen. Ne, natürlich. Ich soll mir Emma irgendwas sagen. Da wo ich hingehe ist so ausgerechnet nicht. Ich gehe in den Keller. Vor allem der Wegpunkt zeigt mir die oberste Etage. Das ist Emma Johns. Ich habe es geschafft. Okay. Okay. Must be something around here. No code. Okay. Got it. Shit. Oh fuck, this is good. ich bin pro op modus beigeschaltet ich komme gleich was ist er denn? an der wille der ersten oder zweiten? warum noch eine zweite? ok direkt hin nach dem flugabsturz ich habe gerade einen riegel gegessen, den ich zum zombie fallen gelassen habe toll ich habe gerade ganz viele zombies gekommen wegen dieser polizei sirene kaum habe ich alle getötet, es geht sirene aus die guckt mir so das auto an, ich wollte noch den letzten töten schlag gegen das auto und die sirene geht wieder an wer ist da? das ist amy warte, die zweite villa ist die lebende, der erste ne? direkt ok komm in super da wo überlebende sind meine ich die 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 Es ist ein Geheimnis, dass du nicht getötet hast. Ist das? Okay, um... Oh Gott. Oh Gott. Geh weg von dieser Haus! Andrea, was du bist? Gib mir die Hände! Nein! Du bist getötet! Du gehst, wie ich weiß. Ich habe es gesehen. Geh weg! Andrea! Sie waren in der Krass. Ich habe ihn gezwungen. Gib mir die... Nein! Ich werde nicht diesen Hände in meiner Haus. Deine Haus. Du kannst dir die ganze Familie verabschieden, wenn ich weg bin. Aber das ist noch meine Haus. Du hast mich verabschiedet. Ich bin zurück. Und du bist noch meine Hauskarte. Also, gib mir die... Blöde! Ah! Gun! Hör. Hör. Ich brauche ein Zeitpunkt. Emma? Wir haben ein Problem. Unser Freund hier wurde getötet. So? Was das Blöde bedeutet? Das bedeutet, dass sie einen Geheimnis werden. Wir müssen sie töten. Das ist nicht ein Film. Ich werde sie töten. Das ist definitiv nicht in meiner Jobdescription. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Are they turning? Oh, ich werde mich schmerzen. Schrauben sie! Ich werde mich sch skilled. Oh Gott! Ich werde mich schmerzen. und die Schraube ist weg. Eine verdammtige Idee, fast mich. Wir haben beide Glück gehabt. Aber du kannst diese wegnehmen, ich fühle mich gut. Du fühlst dich besser. Und die Bite ist auch schützend. Aber du bist in der Verstehung. Nein, der Fever ist weg, das Proben. Nein, das Proben ist nichts, okay? Die Leute sind mit uns im Hintergrund, und niemand weiß nichts über was, was passiert. Und ich kann nicht auf meine Agenten oder meine Manager. Du hast mich? Ich habe schon ein paar Zombe-Ausse gemacht. Ich bin 110% Team Living. Schön, aber zu glauben, dass die Leute nicht so gut funktioniert für mich. Emma! Kann ich noch zwei Minuten entfernen von dir? Sie sind in der Haus. Sie versuchen zu kommen. Du kannst mich nicht so machen. Was? Lass mich helfen. Okay, die Kugelkopf, einfach die Kugelkopf. Komm! Ich wusste das. Wie fängt die Freisprechanlage an zu bluten? Dieses Fähigkeiten-System sieht kompliziert aus. Meinst du? Ja. Auf den ersten Blick auf den zweiten. Es scheint ganz einfach zu sein. Glaube ich. Ich habe Steinkopf in zwei geteilt. Ich habe ihn mit. Ich werde ihn mit. Du bist sicher? Geh die Kugelkopf! Du kannst ihn nicht. Aber nicht schlafen. Oh mein Gott! Geh! 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 Ich bin Glück. Geh!